So, 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 Telefonort ist erledigt. Dann, wir haben die Brauerei. Ja! Bier, Tee kommt da rein, genau. Äh, Milchprodukte. Schuckmilch, dann Milchshake. Dann, haben wir noch Shakes? Beziehungsweise, was haben wir denn noch? Tee. Kommt da auch rein. Ähm, das ist Wasser, das kommt da mit hin. Das wird dort benötigt. Weizen kommt da hin. Die Pflaumen kommen da hin. Die kommen da hin, die kommen da hin. Sehr schön. Blumen haben wir hier noch. Läuft alles. Die fühlen sich immer noch unwohl. Wow! Und jetzt haben wir auch die Bäckerei. So. Sehr nice, sehr nice. Äh, ja komm, alles an Essen kann eigentlich da hin. Suche nach Typ Essen. Ha, 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 ha! Oh Mann. Ähh, Weizenmüll. Nein. Datteln. Nein. Was ist das? Ölfass, nein! Ansonsten, wir haben jetzt eigentlich alles an Essen da drinnen erstmal reingehauen. So muss es sein. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was können wir denn noch anpflanzen? Ediusbaum wird zum spanischen Au bla 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 oder Wüstendurch genannt. Produziert nur Holzscheite, das wollen wir nicht. Da geht das jetzt hier ab. Schön. Jetzt müssen wir nur noch Tee und Bier herstellen. Ach stimmt, das Blumenfeld. Ähm. Ja. Das hat sich dann erledigt würde ich mal sagen. Scheiße, wo machen wir das Blumenfeld hin? Ähm. Okay. Was ist das hier? Nee. Hä? Da kommen doch noch Bäume hin. Ach da unten Blumen. Ah, also doch. Blumen. Also so. Blumen. Und die Blumen gehen. Ähm. Da rein. Und von da nach da. Genau. Genau. Ansonsten werde ich hier nochmal in Lager nur für die Blumen errichten. Blumen. Das würde ich dann hier hinten tatsächlich hinschmeißen. Das würde ich dann hier hinten tatsächlich hinschmeißen. Ja. Und darum erst mal ein Stück Karrie. Das muss sein. Ähm. Hier ist jetzt tatsächlich alles weggemacht worden. Das ist sehr nice. Da würde ich sagen, die sollen hier hinten mal anfangen, alles wegzumachen. Damit die was zu tun haben. Ich hätte die ganzen Produktionsstätten eigentlich in die Wüste schmeißen sollen. Ah. Ach. Ach. Mann, Mann, Mann. Das will ich jetzt noch bauen. So. So. Das muss sein. Ich will Zeppelin haben. So. Damit das alles ein bisschen schneller geht hier. Ach. Das ist wieder so ein Depot. Wow. Ähm. 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 Okay. Ähm. 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 Läger. So, so. Oder auch nicht. Hä, ich verstehe das gerade nicht. Egal. Brauchen wir nur noch Bier. Stellen wir jetzt doch das Bier hier ganz in Ruhe her. Und dann würde ich sagen, war es das aber auch mit dieser Insel. Veredeltes Holzteil. Kann man hier herstellen. Braucht Eisenblock. Und Eisen finden wir hier komischerweise nicht. Komm, stell noch Bier und Tee her. Und dann, was das? Für Bier braucht man natürlich, ach Gerste. Was haben wir hier? Weizen. Ich kann aber keine Gerste anbauen. Hier geht es halt auch nicht. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Wie soll ich da bitte schon das Bier herstellen? Wie soll ich da bitte schon das Bier herstellen? Na gut, dann. Einmal Insel verlassen. Wir gehen ab auf die nächste. In der Wüste. In der Wüste kann man nicht wirklich viel machen. Oh, hier können wir nur noch Wüstenlandschaften. Das ist ja kacke. Na ja, was soll's. Aber wir kriegen wieder neue Kolonisten. Ich muss mal ganz kurz raus haben. Sehr schön. So. Ähm. Natürlich. Als erstes. Ein Feuer. Zweites Feuer. Drittes Feuer. Ein Lager. Wie groß machen wir das? Ich würde sagen, hier ist er. Ähm. Da darf rein. Ich würde das Feuer hier gerne weg machen. Und dafür hier unten sogar eins platzieren. Ähm. Hier darf rein. Auf jeden Fall erst einmal. Stein. Holz. Ja, das war's. Erste Mal. Stein und Holz. Äh. Das ist da weg. Hier und hier. Äh. Wie viel Holz laden die denn bitte schön aus? Ach, das war's. Okay. Das, das, das. Und das. Das. Wie groß ist die? Oh. Scheint auch groß zu sein. Ähm. 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 Tö-tö-tö. So. Das nächste Feuerle. Ach, da haben wir es schon. Wir haben hier nur sehr wenig Grünfläche. Oh, er muss es gut nutzen. Die muss ich tatsächlich sehr gut nutzen. Ah, das ist da weg. Okay. Gut, dann als erstes die Basiswerkstatt. Da. Da. Da hier heute ein Stein drin ist, passt das. Äh, da bauen wir auch gleich nochmal eine zweite für die Steinsachen. Ähm... Äh, ein Brunnen wollt ihr haben. Äh, da oben ist der Brunnen. Da oben ist der Brunnen. So. Äh, äh, äh. Ja, ich muss erstmal alles wegholzen hier. Geht nicht anders. Alles wegmachen. Vorher geht gar nix. Äh, äh, Weizenbündel. Darf hier mit rein. So. Dann würde ich sogar sagen, wir fangen schon mal hier hinten an, das nächste Lagerfeuer zu platzieren. Was ist das denn? Wo? Eine Mumie! Ja. Da pümmelt eine Mumie rum. Schön. Das heißt, es wird bald zum Kampf kommen hier. Was ist das? Neid hier. Cobra-König. Alles klar. Ah. Du, 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 du. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah ja, komm. Ich brauche was zu essen hier. Attacke! Geil. Attacke! Macht sie platt! Yeah! Also wenn man so hoch alles aufdecken kann, ist das ja easy. Aber hier muss dafür wieder Haufen Zeug weggemacht werden. Holy Shit! Das heißt, ich brauche unbedingt die Roboterwerkstatt. Äh, Holzteile. Ja. Und brauchen die Roboterwerkstatt zum Bauen. Holzteile, ja gut. Äh, Holz... ...Stein. Zerstörter Pfeiler. Da hinten ist wieder so ein... ...zwei Bosse. Und da ist wieder einer und eine Mumie. Okay. Okay. Dann sollten die das jetzt definitiv mal bauen. Und dann... Yes! Ach komm, scheiß drauf. Limit auf 10. Limit auf 10. Okay, das kann man nicht machen. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Dann brauchen wir als nächstes... Eventuell mal ein Häuschen. Aber die sollen erstmal abgrasen hier alles. Was brauchen die Roboter alles? Holzteil... ...veredeltes Holzteil. Ah, okay. Moment mal. Ahja. Gut. Ne, nicht drehen! So. Da ist der Nächste. Für alles andere brauchen die Werkzeug. Dann bauen wir doch gleich noch die Werkzeugdingsbums. Die pflanzen wir tatsächlich hier mit hin. Die brauchen Holzteil und Holzbrett, haben wir alles. Dann können wir das nämlich hier drinnen mit lagern. Jetzt muss ich halt wirklich mal was gucken. Ich kann da nix anpflanzen. Ich kann da halt einfach nix anpflanzen. Das geht nur auf den Grünflächen. Kann ich Bäume und Essen anpflanzen. Ach, Weizen brauche ich noch. Shit. Ne, Moment mal. Weizenbündel. Weizenbündel. Weizenbündel, ja. Ja. So, da brauche ich jetzt aber bestimmt die Holzgriffe. Ja. Ich würde sagen, Geronimo. Angriff. Angriff. Ach, du Heimatland. Ach, du Heimatland. Wie viel kommt denn hier? Ja. Wir machen gleich weiter. Oh, ist Attacke. Ja. Shit. Fast hätte es geklappt. Warte, was? Neue Bedürfnisse? Leck mich doch am Hintern, ey. Die wollen unbedingt Häuser haben. Das ist aber nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Deine bin. Ja. Ja hier. Die wollen auf jeden Fall was zum Ausruhen haben. Das kriegen sie. Und noch ein paar Sitzbänke. So. Dann kommt einmal das da hin. Hier darf halt alles an Erz rein. Und alles andere was dem gleich kommt. Und das da, der Baustein natürlich. Ähm, Stahlrohling. Ja. Die verbesserte Metallwerkstatt kommt dann... Puh. Erstmal nirgendwo hin. Die sollen jetzt erstmal schön farmen. Da werde ich jetzt aber dort die Häuser erstmal hinbauen. Mir geht das Gequengel von denen auf den Pisser. Äh, Schlammweg. Äh, ich hab ein Stein? Nee. Na. Doch, wir machen das mal so hier. Schlammweg. So, jetzt haben wir das hier. Weizen, das da unten weg, so. So, da wird überall Weizen angebaut und dann kommt das Weizenlager natürlich, ähm, ja. Dann kommt das Weizenlager eben darüber. So, und das geht dann da rein. Der braucht für nichts Weizen. Wir brauchen jetzt aber noch, ne, das nicht den Spaß. Pflanzen wir da hin. Ah, das Lager kommt dann bis hier runter. So, so. Genau, genau, genau. Dann werden wir hier hinten definitiv Gerste anpflanzen oder sowas. Irgend so was in der Drehe. Wow, der Baum steht immer noch. Was für Helden, ne. So, da wird eingelagert, das ist sehr gut. So, da wird eingelagert, das ist sehr gut. Oh, der Baum ist ja gut. So, da wird schon. Musik Das war ja der hier. Der braucht Holzteilung, Steinblock. Gut, gut, gut. Musik 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 So. So. Das da weg. Wir verbinden den Weg mal hier unten. Und bauen hier tatsächlich mal noch ein Haus hin. So. Musik 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 Lauf uns ne... Mais... So... So... Ja, das reicht so... Ein... Lagerplatz... Das dahin... So Gersten... Was? Nein, Mais... So, das nächste... Das wäre dann... Gerste... So... Kommt auch da rein... Ach ja, ach ja, ach ja... So, die Häuser stehen... Das ist nice... Jetzt brauche ich nur noch mehr... Kampfroboter... Wobei... Hier hinten... Das kann ich sogar so aufdecken... Decken... Mh... Ja, komm... Ins dahin... Ähm... Ins dahin... Ne, warte mal... Das war ein großes Leuchtfeuer... Das kann weg... Und das war... Ein normales Lagerfeuer... Gut... Dann... Können wir... Doch... Normalerweise... Hier oben auch... Wieder eins... Hin platzieren... Genau... So... 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 Und hier drüben noch... Wir kommen... bis ran an die Grenze zum feindlichen Gebiet. Genau, genau, genau. Jetzt brauchen wir aber tatsächlich hier oben noch eins, damit ich das Grünzeug freikriege, damit ich dort die nächste Farm setzen kann. Ja, ja, ja. Und in der Zwischenzeit könnten wir tatsächlich uns mal um den Bäcker... Nee. Textilverarbeitung, ja, die werden wir wohl eher brauchen. Die kommt dann dorthin. Hier das Feld wird... Ach so, da ist noch Blume, wow. Aber das wird dann gleich noch erweitert. Und dann passt das alles. So, jetzt kann man das Feld tatsächlich hier erweitern. Das ist Hammer, dann wird jetzt hier oben nochmal alles weggemacht. Weil ich den Platz hier tatsächlich brauche. ähm, ne Baumplantage werden wir uns hier auch hinsetzen. Das ist klar. Die werden wir dann hier hinbauen. Ja, genau. Gut. Baumwollplantage. Das ist ganz schön. Hurr, das ist. Wir sehen uns hier. Ja, das ist klar. Genau. So. So. Dann gibt es natürlich noch ein dickes, fettes Lager. Das Lager soll dem Stand hier auch hinten hinkommen. Oh, ich habe nur noch acht Steine. Okay. So, dann kommt das Lager tatsächlich hier hin. Okay. Hallo? So, jetzt so. So, das ist das Lager. Ausgangslage habt. Hä, willst du mich verarschen? Und halt das da, meine Güte. Besser. Als nächstes, hier sind unsere Kampferbohrer, die kommen dort hin. Was bräuchte man denn jetzt noch auf die Schnelle? Brauerei, Bäckerei, erstmal nicht. Textilverarbeitung, Hammer. Eine Erzhütte tatsächlich. So. Und dahin. Oder, warte mal. Die hab ich doch schon. Ah, weg damit. Ähm. Wenn wir die Erzverarbeitung schon haben, die aber nichts schmelzen tut. Sag mal. Gehst du von dem Lager überhaupt? Du gehst gar nicht da rein. Warum das? Oh man. Ähm. Ähm. Eine Metallwerkstatt auf jeden Fall noch. Ach. Das da bitte einmal weg machen. Ähm. 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 Ja. Genau. Das da rein. Das da rein. Genau. Ähm. Ähm. Dann wird tatsächlich jetzt erstmal der Bäcker benötigt hier. Shit. Wo baut man den hin? Wir haben da oben was. Wir haben hier unten was. Na dann zentral. So. Und das Wasser. Ähm. Ähm. Der Brun kommt natürlich dort in das Wasser mit rein. Das Lager für den Bäcker. Ähm. Ihr dürft erstmal aufhören wieder Sachen herzustellen. Außer Steinblock. Und eventuell Holzgriffe. Dazu brauche ich aber Holzbretter. Holzteile habe ich noch eins. Ich brauche noch. Warte mal. Haben wir das nicht auch schon? Tatsächlich nicht. Da kommt der. Oder? Doch. Ofen haben wir schon. Hä? Warte mal. Warum? Warum stellt der nichts her? Ach. Der hat keinen Ton. Ah. So. Oh Mann. Jetzt laden die alles aus. Ernsthaft? Ach. 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 Dann leck mich doch. Ach. Ach. Ton. Dann ladet halt alles aus. Mann. Dann müssen wir das nochmal erweitern. Äh. So. So. Und so. Die Brauerei werden wir hier uns noch platzieren. Die kommt dann dahin auf jeden Fall. Das Lager kommt dann hier hin. So. Ähm. Das. Wasser. Blum. Gerste. Tee. Gut. Äh. Moin Moin Captain Green Bear. Matilda. Ja. Hm. Eine Metallwerkstatt. Die haben wir da aber auch schon irgendwo glaube. Ja. Die nicht gebaut wird. Wow. Werkzeugschmiede haben wir das haben wir noch nicht das haben wir das haben wir den haben wir die sogar fertig gebaut da Lundsau kann man das irgendwo gut platzieren dort ist aber gut dass man jemand in den Chat geschrieben hat dann kann ich doch mal ganz kurz raus das heißt ich muss die Schriftgröße doch noch einen ticken kleiner machen das Wasserlager auch wenn das nicht mehr so krass viel ist erweitern wir hier auch noch mal ganz kurz ein Brunnen der lagert das dann da drin ab die Brauerei ist fertig so wir brauchen Blumen und die kann ich natürlich hier nirgendwo anpflanzen schön so das bitte einmal weg damit ich mein Blumenbeet bekomme äh seit wann exportiere ich bitte schon Güter und bekomme Geld dafür lol ok äh haben wir noch Stein ein einzigen Stein geil äh können wir hier hinten irgendwo was weg machen ne finde ich hier überhaupt Steine in der Wüste das ist die andere Frage oh Gott nein das hier nicht oh Gott deswegen äh 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 sand besteht doch aus nur aus kleinen Stein ja aber irgendwie äh kannst du hier nicht mal Glas aus Sand machen dann mal hier abgebautes Gold äh 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 ja gut das Lager ist voll äh ja gut das Lager ist voll dann arbeiten wir das einfach nochmal eine Runde so und hier darf alles rein genau genau äh mach doch mal ein bisschen was hier oh ok äh Metallwerkstatt habe ich doch schon muss noch gebaut werden Ziegel, Holzteil, Kupferblock Ziegel, Holzteil, Kupferblock jetzt ähm ähm wo ist der ganze Ton hin äh 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 da oben hin lass äh äh so äh so ähm 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 einmal gegen die Mumie sehr schön und da haben wir auch nochmal vier Gegner uff äh äh ne ihr bleibt erstmal da ja da jetzt ein Feuer äh äh dann machen wir da nochmal ein Zinn wie hat man so ein Haus schon an den Grenzen angekommen äh 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 um äh äh um äh sollte vielleicht mal was auswählen Und nichts davon kann ich herstellen, wow, warum? Mais und Wasser, Mais ist hier drin, Wasser kriegst du aus dem Lager, jetzt, gut, hier, hier, das und das, warum ist hier schon wieder Zeug angepflanzt, hier sollte doch, das sollte doch weggemacht werden, so, hat mal den Schmarrig weg, ich brauche da ein Blumenfeld, warum arbeitet hier unten niemand drin, ach, die haben alle Durst, das geht mir auf den Strisch, nein, das nicht, so, gut, dann kommt jetzt hier oben, äh, ich kann keine Blumen anbauen, ihr wollt mich doch, wie soll ich denn dann an Tee kommen, Tee pflanzen, so, wow, hä, naja, wer weiß, äh, Bier und Tee wollen sie natürlich haben, schön, ich bräuchte nochmal ein Lager für Stein und Holz, ich bräuchte nochmal ein Lager für diesmal nicht verllo, sie fotografieren, also nicht für구요, wir holen noch kurzsmach ERN so, ähm, stein, 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 Wald, Zoll, 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 Zollz. Hallo, Lager? So, aber, das war's mit dem Guten Morgen Stream, ähm, löschen, löschen, ich bin jetzt zwei Stunden am Stream, das reicht für meinen alltäglichen Guten Morgen Stream. Denn ich muss im Real Life jetzt leider noch was erledigen, ne, und das hat Vorrang. Ähm, morgen früh stream ich wieder, und, ja, auf jeden Fall auch wieder CubicFactorium. Wenn ihr wissen wollt, was vor den ganzen Inseln passiert ist, müsst ihr auf YouTube gehen, ähm, einfach iKLP suchen. Ja, ansonsten sehen wir uns eventuell morgen früh zum Stream. Und bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.